Hier schon der Neville TV mit dem Asus IP 1221 und hier wird gerade die Stiftfunktion demonstriert, die zeigt, dass wenn ihr mit einem Stift drauf anschreibt, dann wird das Gerät nämlich nicht verschoben. Also hier seht ihr, wenn ich mit einem Klinge an das Ganze bediene, kann ich das Ganze runter schieben, sobald ich hier einfach schreibe und meine Hand drauf habe, wird das Ganze hier nicht verschoben. Also das ist wirklich eine sehr schöne Funktion und damit kann man dann wirklich auf das Gerät verarbeiten. Das ist wirklich sehr schön, dieses Asus IP 1221, das ist Windows 7 Home Premium mit 60 Bit und ist in Deutschland weit auf dem Market. Das ist ein 12-Zoll-Bildschirm und viele Anschlüsse, aber diese könnt ihr auch auf Neville.com nachschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin Balaschka und bis zum nächsten Mal.